so leute herzlich willkommen bei mc adventures normals teil zwei das wird erst mal das letzte video warum ist es auf deutsch egal das wird das letzte video sein ja ich würde sagen sechs wochen weil ich werde in der türkei sein und da nicht die möglichkeit haben aufnahmen zu machen oder zu zocken ja dementsprechend wollte ich nur mal bescheid gegeben haben und ja fangen wir einfach mal an würde ich sagen warum leckt das denn so das ist ja nicht normal alter ist deswegen ob es was gibt's neues naja nichts besonderes wollen wir mal starten langweilig du hältst die klappe ralf halt du doch die klappe ach nö ich bin oben ich bin eher der mit laner soll ich trotzdem meinen mit den champion spielen ich will den soll mal was anderes wo ist denn hier die runde für den ich hab doch hier ich habe keine runde für den ich habe keine ahnung wer in der meter ist wer ist denn ein nerviger champion wie heißt der jorik wer ist nervig gegen die werden ähnlich wissen dass ich auch will den tabler nehmen von der zu erwarten na ja ich denke die wohnen lasse ich so auch munde obwohl mundo ist jetzt nicht so dramatisch würde ich sagen glaube ich ich habe keine ahnung ich werde eh aggressiv spielen wie es geht also wenn ich es nicht die ganze zeit lenken würde ok die haben vielleicht was mitlehrt ich werde das was ja wahrscheinlich alles gibt also dass wir gehen sind oder wollte das umgeschnitten haben aber das wird doch viel zu lange dauern also das wäre das das video wäre viel zu lang mit auldern bin ich eigentlich auch ganz gut und da also ich bin jetzt nicht schlecht mit dem würde ich sagen als maul ist er dann ich habe jetzt paar monate nicht gezockt aber ich glaube das sollte es nicht so beeinflussen das ist kein mein arsch j全 ja ich habe die nicht die neuen beat Hassakini. Ich hasse dich also. Ich hasse dich auch. Tja, schön für dich. Meine Güte, meine Güte, fang doch an. Ah, hier ist ein Platin. Es sind sogar zwei Platin. Oh mein Gott, ich bin gegen Platin. Ah, warum? Warum ist die Elo so hoch? Platin 3, Platin 4. Das ist doch nur ein scheiß Normal. Was zocken Platinspieler normal? Und hier ist es sogar in Gold. Gegen Gold hab ich ja nichts, aber gegen Platin? Wobei, Gold und Platin, da sind jetzt nicht so viele Unterschiede, aber trotzdem. Aber ich glaub, ein Mitglieder wird sowas um... Ja. Er weiß nicht, wie ich heiße. Also, ich spiel gegen Munglau. Ich bin nicht dran gewöhnt, dass es auf Deutsch ist. Ich schaue in jeden ungeborenen Stern. 30 Sekunden. Schwingen wir das Tanzbein. Leu. Was ist die Definition von unterwäßigend? Ah ja, richtig. Du. Ich glaub, diesmal lass ich das Video umgeschnitten. So, dass ihr das ganze Gameplay sehen könnt. Oder? Ah, ich überleg's mir noch. Ich überleg's mir noch. Ich überleg's mir noch. Liebe Spezies, die etwas auf sich hält, hat es ein bis zwei Mal zurück in die Steinzeit geworfen. Irgendwie kenn ich... Irgendwie kenn ich, äh, den Sprecher von Aurelion. Irgendwoher. Blub, 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 blub. Äh, wo ist denn der Mann-Bäum? Da ist er hier. Der Mensch, nein. Erstaunlich, wenn ich zu reden. Und das letzte Witz zu überlegen abzuwinden. Also gut gezielt. Kleiner Mann. Großer Mann. Ich spiel mit, keine Ahnung, 20 FPS oder wo. Mit 20 FPS, Leute. Meint ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorhanden? Jetzt halt doch ich rein die Klappe. Wie schade. Das war ja ein guter Trait. Ja, ne Mann. Ah, großartig. Er ist ein großartiger. Ich glaube, ich werde, wenn es so weiter geht, immer die Minions da... Ja. Die Minions verpassen. Über den ganzen Leck. Ja, aber... Alle Wesen befehlern uns. Aber ich glaube, den Mundo werde ich fertig machen. Der ist nicht gut. Wer ist platt? Seht ihr? Ich bin nicht schlecht mit... Äh, auch mit... Ich würde sogar sagen, ich bin teilweise besser als Weiger. Äh, als mit Weiger. Wobei, ähm... Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Mann, hör auf zu lecken, liebe Flamme. Ja, das ist der Game. Das sind sicher nicht die Sterne, die für euer Handwerk verantwortlich sind. Na, was mache ich da? Ich nöb. Die Geschichten, die man sich über mich erzählt, sind wahrscheinlich hell. Hohe Konzentrationen. Wir wollen nicht rein scheißen. Nein, ich will den Mundo nicht ergreifen. Ich will sterben, ich will sterben. Bitte nicht sterben. Nein. Du siehst du sterben. Oh, ich hab's überlegt. Aber wenn Katos jetzt seine Ultimate hätte, wäre ich am Arsch. Ich will das nicht. Ich will das Wort. Jede Sterne ist ein unverkommst. Also das soll anscheinend ein gutes Alzen zu sein. weißt du eigentlich wäre ich will es ist das soll ich mich teleportieren aber das wird sich das auch ok also ich habe auf jeden fall rieders zepter weil das ist wichtig als aber ja manchmal starren die sterne zu gehen oder ich gehe noch nicht so ich mache die Minus obwohl er könnte mich schütteln ich sollte mal langsam das hier verkaufen nehmen wir das wir haben schon einen wolkendrachen also die topplane habe ich ja sozusagen schon gewonnen ich habe auch 256 minuten nicht schlecht nicht schlecht ok den Wachen haben die damit er nachfüllt und dann das ist ein Doktor oder so hat er den Turm zerstört? ja ein Gegner wurde geflügt ich würde den Kost nicht decken bitte ich würde den Kost nicht decken bitte auf ich würde den Kost nach wir haben Wir haben... Oh, die haben... Okay, es wird ein... Äh, äh... Kann ich das anschreiben? Targon ist der Name. Ich bin theoretisch. Warte mal. Sollten Top-Zeit spielen, wenn wir... Hier bin ich mir... ...das einmal gestorben. Warte mal. Warte mal, ist Dechsen. Eigentlich kann es auch... ...und die Verlittung. Diese Sonne könnte einen neuen Kern gebrauchen. Äh... Bot-Lane kann ich spielen. Hier ist Bot-Lane. Targon benutzt mich schon viel... Alter, geht doch Bot-Lane, Junge. Was seid ihr für Idioten? Ne, ich bin mir nicht mehr dran. Wieso... ...cancelt das nicht sein Ultimate? ... ... ... Der hat das nicht einmal gestorben... Ist der... Ist der... Ist der... Ist der Möckchens-Gruppen? Der kann doch nicht so gut sein. Ich beobachte die dritte mal. Er ist nicht einmal gestorben. Ok, das stimmt. Wo war der denn kill im Klopo? Ok, wenn das sein dass er sich jetzt schirrt, ja, er ist gestorben. Nö, ich warte hier. Aber Schichten überleben können. Mundo wird wieder toplanen, also ich könnte den theoretisch nicht töten. Glaube ich. Also der ist ja so tanky als shit. Obwohl hier hat der eigentlich nur... Jetzt. Ich warte schon seitdem. Ich warte schon seitdem. Ich melde den schon, oder? Warte schon. Warte. Okay. Er ist ein ultimiert. Oder? Er ist ein ultimiert aktiviert. Jetzt. Oh, ich bin tot. Er ist ein ultimiertes. Der ist nicht irgendwie schlecht. Ich werde eh bestellen. Er ist nicht echt flasht. Ich werde eh bestellen. Ja, ich weiß, ich glaube, das ist wichtig, aber... ...ein der Gebet hat nichts mehr von mir werden, so... ...ein der Gebet hat nichts mehr von mir... ...ein der Gebet hat... 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 Das ist so gut. Hey, ich bin nicht der Grund, warum wir verlieren, dafür eh nicht. Auch wenn er gut spielt. Das hat überhaupt nichts zu tun. Zu sagen, betankt ist halt das Problem mit Ramondo. Bist du kleiner geworden? Ich kann mal denken, dass es gut ist. Das ist natürlich gut. Du magst das ganz vorragend. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das Game ist Lust. Aber nächstes Mal war Ralf recht leise, Alter. Gut gemacht. So, ich bedanke mich dafür, dass ihr euch das angesehen habt. Das Game ist über. Ich werde auch jetzt kein neues spielen. Warum ist das hier schwarz? Achso. Ich bedanke mich dafür. Ich habe mich schon zweimal bedankt, dass ihr euch das angesehen habt. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, wo ihr immer auch seid. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich in sechs Wochen. Adios. Ich bin milkmaf. 얼 full euros.